Kannst du? Ja, kannst du bitte Holz sammeln? Nein. Alumnit. So, weil du behindert bist. Ich will doch auf jeden Fall schon mal Truhen machen oder so. Wolle ich erst mal ein paar Schmetterlinge fangen? Das wäre eine gute Idee. Drecksau. Nee. Du? Äh, ja. Aquafrisch, Klassik. Hm, ich habe Schwinn gefunden. Ja? Ja. Hab ich noch einen Speer? Ja, der hält noch 15%, das reicht, sonst habe ich eine Axt. Oh, und ich kann Abby bail. Der Mesh mit der Link, komm, komm, Beifuss. Abby kill du ab. Fang ihn. Ist das ein großes oder ein kleines? Du, 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 du. So, den Honig sammle ich auch. Der hier noch rumliegt. Hallo, Függenchen. Mach mal Piep. Mach mal Piep. Oh, sind ein paar viele. Aua, Aua, gleich steppe ich. Nein. Doch. Nein. Aber sicher, ich habe ein paar Spinnen im Nacken, ne? Und ich habe noch 29 Leben. Okay. Ja, weil ich die 40 schon bei dir verloren habe. Kann ich da was für? Nee. Das sagt einfach nicht. Klar kannst du was dafür. Ich habe einen Heilsalber, ja. Oh, 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 oh. Wodurch? Womit denn? Ich habe nur noch 61, 58, 21. Womit soll ich denn Essen machen? Weiß ich nicht. Ich such Beeren oder so. Oder such Holz. Womit soll ich denn was? Und wieso irgendwas solltet und bringt ihr da aber n'n Holz? Äh, damit ich Feuer machen kann er mir jetzt gleich. Warte. 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 So, gucken, ob das wieder... Ob du gekocht bist? Äh, ja, wäre schon leicht sinnvoll. Komm mal wieder zurück. Oh, Abigail, mach doch nicht wieder einen Unsinn, ey. Abigail muss es gleich wieder übertreiben. Muss es gleich wieder mit den ganzen Dingern aufnehmen. Ja, ja. Nein, die greift gar alle an! LOL, hat die ernsthaft alle getötet auf einmal? Nee, ernsthaft. Ihr habt... Ich hab jetzt neun Stacheln. Okay. Das hat dich nicht ernsthaft gemacht. Hey, da oben sind... Hast du die Schmetterlinge hingepläst, oder was? Die Blumen hab ich hingezahnt, ja. Oh, nice. Dankeschön. Essen. Ganz viel Foodie. Boah, dankeschön. Jetzt hab ich wieder ein bisschen viel, aber mein Leben ist total im Eimer. Ja, zusammen. Hier, wir tauschen. Ich hab ja Monsterfleisch. Oh, jetzt hab ich's hinter... Ja, ich konnt's dir nicht geben. Ich hab's hinter dir gelegt. Hast du mir gegeben? Nee. Wollte ich dir geben. Holz. Eine Kiste. Chest. Du weißt gar nicht, ob das Roh oder gekocht mehr bringt. Weißt du? Hab ich noch gar nicht ausprobiert. Mal gucken. Holz, Gier, dann, dann, spinnweben. Okay. So, die Kiste ist gleich schon wieder voll. Ja, ist voll. Hast du denn noch Spinnetze eigentlich? Guck mal, in die Kiste rein. Ich hab schon gesagt, ich übertreib's einfach mal. Ich bräuch's mal'n Hammer. Hast du zufällig ein Stick noch für mich? Äh, ja. Hier, ne 7. Ja, 10. 10, meinst du? Ach nee, ich hatte ja noch ein paar. Braucht ja noch einen, deswegen. Äh, jetzt will ich mal ganz schnell noch Foodie machen. Moment, ich guck mal grad was. Feuer, geh bitte nicht aus. Aha. Was, hast du das Holz rausgenommen? Feuer ist aus, Feuer ist aus, Feuer ist aus. Ich hatte kein Holz. Da war Holz, klar. Da war Holz drunter. Nein. Da sind zwei Holz in der Kiste gewesen. Also eben nicht. Okay. Ich hab zur Not Abigail, die spende mir ein bisschen Licht auf dem Boden. Hm. Schnell zurück. So. Das Essen. Ganz viele. Blümlein essen. Und hier haben wir 28 Blumen, ne? Dankeschön. Bitte. Ja, das ist alles, was ich nicht brauch. Ja, du brauchst das ganze, das Essen kannst du es aber dennoch, ne? Ja, ja klar. Aber ich glaub, das bringt dir nicht so viel wie... Fleisch. Für mir. Für mir. Für mir. Okay. Hier hast du schon. Äh, ja, eins hab ich gefunden, hab ich doch gesagt. Centus, meinst du, warum ich so wenig Leben hatte? Hab ich nie mitbekommen, du Arsch. Ich will einen guten Start am Anfang haben. Also hab ich mir mein Leben riskiert. Für uns beiden. Und uns in Geh besorgt. Ja. Hast du jetzt die Flow nur geplaced, oder war das jetzt durch die Schmetterlinge? Ich hab die hingesetzt. Okay, aber Schmetterlinge. Schmetterlinge. Den, 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 den. Hm, ach ja, ich wollte jetzt mal... Hab ich noch die Fackeln? Einmal. Boah. Schmetterlinge sind ganz schön schnell. Ja. Ich renne die ganze Zeit nur einen Schmetterlinge her, um den zu kriegen, ist klar. Komm, renn ab, Baum. Aber die Killerbiene fangen bringt auch nichts, ne? Ne. Okay, ich hab eben eine Killerbiene gefangen und das war eine normale Biene mit einmal. Toll, warum will der Baum jetzt nicht... Oah. Sterben. Da bleibt ein Rätsel. Okay. Aber normale Biene hab ich. Ja, brauchen wir, ne? Ja. Brauchen wir ja eh. Ähm. Einmal als Kohle. Hier, normale Biene. Wie verbrauchen wir denn? Zwei noch. Ah, meine Spinnennetzte, meine Spinnennetzte sind schon... Boah. Mein Netz ist schon wieder kaputt gegangen. Ja, und da sind doch noch mehr. Ja. Aber jetzt komme ich erstmal keine gefunden. Aber erstmal muss ich mehr Wurps noch machen. Ich glaube, die reichen erstmal, ne? Was? Die Spinnennetzte da? Ja, klar. Ja, klar. Ich kenne dich. Komm immer noch mehr. Ich muss mir jetzt mal noch ein paar Wurps machen. Okay. Abigail, komm her. Ich weiß, du stehst gerade im Feuer, aber das ist nicht heiß genug für dich. Jetzt kommt er her, danke. Du bist behindert. Abigail, nein. Kleine Kinder dürfen nicht mit Feuer spielen. Abigail, nein. Du kannst nicht wissen, was du willst wieder. Halbe Stunde schon wieder. Ja. Halbe Stunde schon wieder mit Ausrasten und einer ist schon wieder totgegangen. Ja. Wir hätten fast schon wieder Neustarten müssen. Wieso? Ja, ich wäre doch auch fast gestorben. Aber wir hätten doch nicht Neustarten müssen. Gut, die Welt neu generieren. Warum haben wir denn die ganzen Steine noch hier? Das ist unser Steinlager hier. Dass alles rumliegt, meinst du? Ja, aber ich nicht alles aufgesammelt habe, deswegen. Ja, auch den ganzen Stein, der hier rumsteht, der fette Stein. Okay. Weil ich wollte jetzt mal schnell noch einen Kochofen machen, ne? Ja, mach mal. So schnell. So ein bisschen besseres Essen machen können. Hm. Kannst du ja machen. Na gut, für dich ist Monsterfleisch, reicht das. Müsst alle immer schnell wieder kommen. Zwei Tage. Zwei Tage. Zwei Tage. Vielen Dank.